Ja, kommen wir zu unserem täglichen Gespräch mit Berlin, zu unserem Bonjour. Marc Brost von der ZEIT ist uns heute zugeschaltet. Guten Morgen, Herr Brost. Guten Morgen, Frau Baltes. Herr Brost, ich möchte mal zuerst mit Ihnen über Thüringen reden. Gestern ist da der Koalitionsvertrag der rot-rot-grünen künftigen Regierung vorgestellt worden. Haben Sie den Eindruck, dass das fünf Jahre halten wird? Ist das eine harmonische Koalition, die sich da präsentiert hat? Naja, spannend ist ja immer noch, ob diese Regierung, die gestern sozusagen ihr Startprogramm vorgelegt hat, ihren Koalitionsvertrag, ob die überhaupt starten wird. Es gibt ja immer noch die Abstimmung, die Wahl zum Ministerpräsidenten, die wird am 5. Dezember stattfinden. Bis dahin gibt es noch zwei kleinere Hürden. Zwei der drei Koalitionspartner werden nochmal ihre Mitglieder über diesen Koalitionsvertrag befragen. Da gehen wir mal davon aus, dass es eine Mehrheit gibt. Und dann wird sich Bodo Ramelow zur Wahl stellen müssen. Und da wird es nicht um die Inhalte dieses Koalitionsvertrags gehen. Der Koalitionsvertrag, wenn wir uns den einmal ganz kurz anschauen, der hat sich ja als relativ normales Papier herausgestellt. Die Regierung hat angekündigt, wie alle Landesregierungen in Deutschland, künftig keine neuen Schulden mehr aufnehmen zu wollen. Denn es gibt die Präambel, das war wichtig für die Linkspartei und wichtig auch als Signal, die Präambel, dass die DDR ein Unrechtsstaat gewesen sei. Also auch das anerkennt jetzt diese rot-rot-grüne Regierung oder die künftige rot-rot-grüne Regierung. Also ich würde sagen, ein normaler Start. Und dann, 5. Dezember, Bodo Ramelow, da gibt es so ein paar taktische Elemente, die dazukommen. Und ich bin mir im Übrigen auch nicht ganz sicher, wie zum Beispiel die CDU bei dieser Wahl abstimmen wird, ob sie nicht vielleicht sogar ein paar Abgeordnete zumindest. Dieses Gerücht gibt es für Ramelow-Stimmen. Allein schon, um die ungeliebte bisherige Ministerpräsidentin Christiane Lieberknecht loszuwerden. Ja, das Ganze hat ja die historische Dimension, dass zum ersten Mal ein linker Ministerpräsident wird. Gucken wir mal zu Ihnen, gucken wir mal nach Berlin. Was bedeutet das für die Hauptstadt? Na gut, es ist völlig klar, das Rennen für 2017 ist absolut offen. Für 2017, für die Bundestagswahl 2017 gibt es tatsächlich alle Optionen. Erinnern wir uns, auch im Bundestag jetzt gibt es rein rechnerisch schon eine rot-rot-grüne Mehrheit. Die wurde nicht realisiert, weil sie als absolut unglaubwürdig und auch unmöglich gilt, aufgrund auch der bundespolitischen Differenzen zwischen SPD und Linkspartei. Jetzt startet oder wird wahrscheinlich eine rot-rot-grüne Landesregierung starten. Und auch das wird in den kommenden Jahren genutzt werden. Es wird in der SPD genutzt werden, um der CDU zu zeigen, seht her, wir haben eine Alternative. Sie wird von Sigmar Gabriel, dem SPD-Chef und wahrscheinlichen SPD-Kanzlerkandidaten 2017 genutzt werden, um zu zeigen, seht her, wir könnten eine Alternative haben. Aber ich zeige mich hier als verlässlicher, auch als wirtschaftsprofilierter Wirtschaftsminister. Ich bin eher ein Mann der Mitte, sozusagen Schröder 2.0. Die SPD wird versuchen, alle taktischen Optionen sich offen zu halten. Wenn ich jetzt mit Ihnen eine Wette eingehen müsste, heute im November 2014, ob es 2017 eine rot-rot-grüne Regierung in Berlin gäbe oder geben könnte, dann würde ich sagen, nein. Und das hat auch damit zu tun, wie sich die Linke bundes- bzw. außenpolitisch zeigt. Da sind die Differenzen zu allen Parteien so groß, dass diese Partei im Augenblick und ich glaube eben auch 2017 nicht koalitionsfähig sein wird. Bleibt es also spannend. Sie haben das Stichwort Außenpolitik genannt. Es steht ja am Wochenende der Parteitag der Grünen in Hamburg an. Die tun sich ja schwer mit ihrer außenpolitischen Linie. Was haben wir denn da zu erwarten? Es wird ja am Sonntag beim Grünen-Parteitag über Außenpolitik geredet und es gibt die ganze Palette an Vorschlägen und auch die ganze Palette des möglichen Streits. Erinnern wir uns, es gab die Debatte über Waffenlieferungen an die Peschmerga, um dort eben im Kampf gegen die IS im Irak und an der Außengrenze des Irak zur Türkei hin zu helfen. Es gab Befürworter für Waffenlieferungen in der Partei, aber auch vehemente Gegner dieser Waffenlieferungen. Und dann kam vor einigen Wochen die grüne Partei-Vorsitzende, die grüne Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt mit dem Vorschlag, ja, man sei sogar bereit, Bodentruppen im Irak zu unterstützen unter einem Mandat der Vereinten Nationen, unter einem UN-Mandat. Das hat in der Partei für wahnsinnigen Aufruhr gesorgt. Und in dieser ganzen Bandbreite wird am Sonntag diskutiert werden. Das ist interessant, das ist spannend, das wird für die Partei eine Zerreißprobe, womöglich ähnlich wie damals über den Kosovo-Einsatz diskutiert werden musste, als die Grünen gerade ganz frisch in die rot-grüne Regierung unter Gerhard Schröder gekommen waren und man eben Soldaten ins ehemalige Jugoslawien schicken musste. Aber ich würde den Grünen an dieser Stelle eines zugute halten, sie sind im Augenblick die einzige Partei, die über dieses Thema tatsächlich diskutiert. Aus den anderen Parteien, vor allem eben auch aus dem Regierungslager, ist da absolute Stille. Ja, Marc Brost war das von der Zeit mit einem kleinen Ausblick auf den Parteitag der Grünen Hamburg, der ansteht. Herzlichen Dank nach Berlin. Bitte.